Heyo Leute und dann herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Let's Play Minecraft Galactic Science Yo, wir sind wieder back in the hood Jo, hallo! Jo, alle dabei, ne? Wie immer halt So sieht das aus Und immer noch voll am Rödern hier Ich brauche auf jeden Fall mehr Asteroiden-Rock Jaja, ich farm gerade ein bisschen Das soll jetzt kein Gehetze werden Ich wollte es nur ansprechen Ich höre gerade einen Asteroiden aus, sagen wir es so Ich dachte jetzt komm, du hast einen Piepen im Ohr Das kann aber dann nicht ich sein Ne, ausnahmsweise nicht Gerade eben kam das Piepen von Razi Ich habe einen Tinnitus im Auge, ich sehe nur Pfeifen Wo hast du den denn gegriffen? Tja Tja Den benutze ich häufiger Ah, das nicht unbedingt gut ist Schalalala Ich hatte jetzt fast die Zuschauer gefragt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für einen Monitor empfehlen könnt, aber dann kann ich ja lange warten Warum? Wenn ich mir das Wochenende jetzt noch bestellen will Ja Ja Da hast du recht Ja, du kannst doch trotzdem mal fragen, so spaßeshalber Will wir von euch Monitor loswerden? Ne, ne, weil ich suche ein gutes Gut ein 24 oder 27 Zoller Irgendwann Irgendwann so in dem Bereich Irgendwann so in dem Bereich So klein Voll krass wein Wieso Mütz Was ist da los? Befindet ihr das klein? Hehehe Aber wenn ich gut drauf bin, dann spiele ich auf 51 Zoll Dann müsse ich bei meinen Eltern ins Zimmer gehen, aber ne, lass mal Die schlafen, ne? Boah Ist das geringste Problem ? Geringstehen ? Stehen ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ich dachte schon, das ist nur auf dem Mond so. Weil keiner da ist. Ich hab dir was zum 7 reingetragen. Hey, lass mich auch mal ein bisschen schniefen. Nö, nicht erlaubt. Toll, Razzisa, ich hab dir mal was zum 7 reingepackt. Weißt du, drei Stacks und 1x17, was soll das denn? Ist doch besser als gar nichts. Ich glaube jetzt kommt was, weil Elbe ist gerade wieder gekommen. Ja, ja, gib mir Elbe, gib mir. Hauptanteil Silikon. Für deine Brüste. Ja, für deine Brüste sag ich ja. Die brauchen kein Silikon mehr. Nicht? Nein. Alles vollgepackt mit stehleinen Muskeln. Hochmut kommt vor dem Fall, wa? Manchmal. Ich glaube aber, ich höle den Asteroiden da drüben noch zu Ende aus, so dass ich da alles an Silikon und so weiter rauskriege, dass wir dann dafür genug haben. Davon genug haben. Ja, ne? Ich hab jetzt irgendwie ein Problem. Kannst du mal mit dem Jetpack zu mir kommen? Ich bin vom Asteroiden runtergefallen. Da musst du jetzt warten. Oh Mann, oh. Oh, hat der Razzio Plumps gemacht? Nio. Ich muss warten, dass ich jetzt alles hier raus hab. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh, dann ist ja gut. Dann bin ich ja beruhigt. Oder ich sterb einfach, dann komm ich auch wieder hoch. Die Frage ist, wann du in den Void kommst. Ah, ich lasse es lieber. Wo hatten wir jetzt nochmal Sand? Pulverizer. Ne, beziehungsweise hier Sackmüll. Sackmüll, Sackmüll. Sackmüll, Sackmüll. Sackmüll, Sackmüll. Sackmüll, Sackmüll. Jetzt stehe ich hier auf meinem Steinchen. Drum stehe ich hier und singe... Sing mal ein Lied, Razzy. Ach ne, lass mal. Dann schalten die alle ab. Meinst du? Ich glaub schon, ja. Aaah. Aber die Dresch-Wochen-Videos sind ja auch relativ gut angekommen, war. Oder zumindest das eine jetzt. Stimmt, du kannst ja mal die Kommentare durchgucken, ob da irgendwelche Fragen drin sind. Hey, Beschäftigungsarbeit. Ja, da war eine Frage, aber die betrifft nicht Minecraft. Sondern? Alex! Ich konnte es ja mal gucken, vielleicht habe ich hier sogar schon beantwortet. Ja, ich glaube nicht. Was du glaubst und was ich mache, sind immer noch zwei unterschiedliche Sachen. Würde ich jetzt so sagen. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt wieder nehme ich, dass ich das Ding schon beantwortet habe, richtig? Nee, ich sehe gar nichts. Nee? Ja, mach mal. Wir tappen aus dem Spiel raus. Und guck mal. Ja, nee, ist richtig. Was sind denn hier für Mobs, Alter? Ratzi, voll in Action. Alter, wir gehen hier ab. Hast du deinen Jetpack nicht dabei? Nein. Ja, warum komme ich? Wo hast du deinen Jetpack denn? In der Chef. Das sagt er mir da, wo ich schon fast bei dem bin, ey. Ich kriege die Krise. Keine Sorge, jetzt kommt erstmal nichts mehr nach. Ich glaube, das macht ihm eher Sorge, dass nichts mehr nachkommt. Ja. Ich bin gleich tot. Gut. Gut. Okay. Jetzt guck in dein Kack-Inventar. Hä, ist ja gut! Ich will grad den Asteroid hier auseinander nehmen. Was du willst, ist mir egal. Jo, meine APK ist es kaputt. So, ich flieg wieder zurück. Reicht. Mal gucken, ob du überhaupt noch weißt, wo unsere Base ist. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich sterbe gleich. Kannst du mir mal irgendwo Wasser da hinsetzen ganz schnell? Irgendwo so zwischen die Raketen oder so? Fällst du? Ich wage halt auch für 600. Ich glaub, das war lebendig. Ja, ich seh's. Unterwegs. Ansteuern, Razi. Ansteuern. Dankeschön. So. Wollen wir denn wieder zurück, oder wie? Ja. Aber wie wir zurück kommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss